Wir haben eine kleine Aktion vorbereitet. Was erwartet euch dort? Wir wollen dort die Nachbarschaft noch mal informieren und wir wollen ein Zeichen setzen mittels einer Schilder- und Fotoaktion, die wir vorbereitet haben, dass wir auch dorthin gehen, wo die Rechten sind, den Finger in die Wunde legen und zeigen, wir lassen uns nicht einschüchtern, egal wie viele Waffen- oder Wehrmachtsuniformen jemand daheim hortet. Staat und Nazis Hand in Hand organisieren den Widerstand! Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda! Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda! Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda! Nazis von der Straße fehlen! Nazis wollen! Der Staat macht mit! Denn jetzt Kuba nicht zutritt! Alle zusammen gegen den Faschismus! Wir haben natürlich jetzt ein bisschen gebraucht, um die Schilder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das ist natürlich auch ein Teil unserer Kunstaktion gewesen. Denn es ist verdeutlicht, symbolisch, wie lange der Staatsschutz braucht, um rechte Terrornetzwerke überhaupt aufzudecken. Rufen wir einfach mal die Parole, sind wir noch mal ein bisschen laut und machen den Sachsen-Bayer darauf aufmerksam, was hier eigentlich los ist. Staat und Nazis Hand in Hand organisieren den Widerstand! Staat und Nazis Hand in Hand organisieren den Widerstand! Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda! Es gibt kein Recht auf Wehrmacht-Uniformen! 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 ... und Antifaschisten! Nach unserer Kundgebung in Backnang stehen wir heute hier vor dem Ort des Geschehens in Backnang-Sachsenweiler, als vor knapp anderthalb Wochen ein Polizeiaufgeburt das vor uns liegende Haus durchsuchte. Dabei musste diese aufgrund der Masse an vorgefundenen Waffen eine LKM nachordern. Diese Durchsuchung ist kein Einzelfall, denn bereits die Gruppe S, die Anfang dieses Jahres entplant wurde, ließ Verbindungen in den Krebsburg-Kreis auf. Wir sind heute hier, weil wir sagen, diese Einzelfälle passieren in einem gesellschaftlichen Kontext, den es zu benennen gilt, und das machen wir hier auch. Die AfD fällt in den Parlamenten, sie beschäftigt Mitarbeiter wie Marcel Graub, der laut Eigenaussage sich ein Bürgerkrieg mit Millionen Toten wünscht, der auf Gräber pitten und auf Leisen tanzen möchte, und zum Schluss noch ein verfassungswidriges Grußwort hält, was ich jetzt nicht aussprechen möchte. Oder sie beschäftigte jahrelang jemanden als Pressesprecher, nämlich den Christian Lüth, der vor ungefähr einem reißen Dreivierteljahr sagte, dass Migrantinnen und Migranten von ihm aus erschossen oder vergast werden können. Das alles sind die Wurzeln für das Unkraut des braunen Terrors, und das wollen wir nicht hinnehmen. Die Ursachen zu bekämpfen, heißt gegen die Diskursverschiebung der Rechten aktiv zu werden. Auch vor Ort, denn die lokale AfD postet faschistische Propaganda des Rassemblement National aus Frankreich, wie es zum Beispiel der AfD-Gemeinderat Michael Meicher tut, zur Erinnerung, was der Rassemblement National für eine Organisation ist. Das ist die Organisation von französischen Holocaustleugnern. Dann wäre noch weiterhin Steffen Degler zu nennen, der auf Facebook den 8. Mai als Tag der Niederlage begreift, also der Niederlage des Faschismus. So gesehen könnte er sich selbst gleich als Faschist outen. Des Weiteren wird es noch eindeutiger, wenn man sich anschaut, welche Art von Gedichten er postet, nämlich die eines gewissen Bogeslaw von Sechow, ein Hitlerverehrer der ersten Stunde. Wir wollen, weil wir gegen Heiz aktiv sind, dorthin gehen, wo auch die Rechten sind, den Finger in die Wunde legen. Und das, liebe Anwohnerinnen und Anwohner, dazu möchten wir euch auch ermutigen. Widersprecht, wenn rassistische Äußerungen fallen oder die Hitler-Diktatur verhandlost wird. Geht auf Distanz, wenn jemand rechte Klamotten trägt oder eine Wehrmachtsuniform beispielsweise. Und werdet selbst aktiv gegen Rassismus und Faschismus.